Hallo Leute, Sil hier. Willkommen zurück zu Planet Crafter. Ich habe nochmal die Ressourcen hin und her geschleppt und siehe da. Okay, hier fehlen jetzt mittlerweile welche. Ich hatte nochmal ein paar Sachen aufgefüllt. Hier nochmal ein kompletter Schrank voller Osmium. Ich habe auch nochmal tatsächlich die Bohrer, die wir da hinten hatten, mit darüber geräumt. Ja, und was ich jetzt mit euch machen wollte ist, dass wir mal gucken, dass wir hier in diesem DNA-Manipulator mal gucken, ob es eigentlich auch noch andere Sachen gibt. Weil, um diese Baumsamen herzustellen, braucht man immer Pflanzensamen. Wir haben diese Vollnuss noch nicht gefunden, aber wir haben draußen in unseren Pflanzenbehältern ja eine Pflanzensorte, die da oben gar nicht drin ist. Und ich will mal gucken, wenn wir das machen, ob das irgendwas taugt. Und was man auch immer dafür braucht, ist diese Baumrinde, die haben wir, und Mutagenen. Und dann stellt sie mir noch die Frage, ob was irgendwie hinkriegen könnten, noch andere Pflanzen zu erzeugen. Sprich, ich will mal Mutagenen herstellen. Nicht hier. Und dann gucken wir mal, was zum Beispiel auch hier mit ist. Den brauchen wir auch nicht. Denn möglicherweise brauchen wir den für so ein Forschungsrezept. Gucken wir mal, wie auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal so eine Bakterie. Also drei Algen, drei Wasser. Das sollten wir ja eventuell sogar noch hier haben. Ach, wir haben sogar noch Bakterien, Mensch. So, was brauchen wir noch? Methan und Schwefel. Das kriegen wir auch gut zusammen. Ich habe ja hier zwischendurch immer mal Sachen mit reingebunkert. Okay, das Mutagenen haben wir. Er will dann die Baumrinde haben. Die haben wir auch. Ähm, muss ich nur an der richtigen Stelle gucken. Und, ich hole jetzt mal das Flenskin von draußen rein. Und ganz sicher auch nochmal ein bisschen Wasser mit. Ähm, zack. So. Hier, dieses hier. Das ist nämlich nicht angezeigt. Und dann gucken wir doch mal. Und schwupps ist es weg. Ähm. Ob das uns irgendwas bringt, was da nicht gezeigt ist. So. Dann schmeißen wir das mal hier in den Analysator. Und. Pleom. Kennen wir Pleom nicht schon irgendwo her? Nee. Aha. Okay. Ähm. Dann nutzen wir den mal. So einen schönen Golden Seed. Nee, Moment. Bevor wir das machen. Bevor wir den jetzt, äh, verlieren quasi. Will ich erst mal gucken, ob wir das reproduzieren können. Es gibt ja den hier. Zwei Methan, ne Alge. Ähm. So. Zwei Methan. Ne Alge. Und was war das noch? Einen Dünger und so eine Squash. Okay. Einen Dünger haben wir. Und das haben wir auch. Nehmen wir noch mal den einfachen Dünger mit. Weil ich will erst mal gucken, ob das Ding uns auch irgendwie ermöglicht, das zu vervielfältigen. Nee. Was passiert jetzt? Auch nicht. Was ist denn, wenn ich das so mache? Hm. Vielleicht noch mal mit einem zweiten Dünger. Ähm. Alge, Squash und Methan und einem Dünger. Hm. Alge. Squash. Zwei Methan. Ja, den Dünger haben wir noch. Aber den würde ich gerne noch mal mit herstellen, den Dünger. Nochmal drei Algen. Jetzt wird es mit den Algen eng. Okay, jetzt müssen wir mal kurz Algen holen. Okay. Eins, zwei, drei. Das muss erst mal reichen. So. Ähm. Einen Schwefel und zwei von diesen Eierdingern. Nehmen wir die hier. Schwefel haben wir hier. So. Und den. Ah, nee. Schade. Ähm. Das hatten wir schon probiert, ne. Jetzt geht es nämlich los mit den Kombinationen, die man durchprobieren könnte. Was ist damit? Ne. 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 Ganz blöd gedacht, wenn wir so ein Explosivpulver da mit reinschmeißen. Oder vielleicht ein zweites Mutagenen. Bakterien vielleicht. Hm. Wir können ja mal Bakterien mit reinschmeißen. Haben wir ja noch was. Ah, wir haben sogar auch das Pulver. Okay, dann können wir das mal durchprobieren irgendwie. Ähm. Nehmen wir das mal raus. Was ist denn damit? Ne. 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 So, dann nehmen wir den raus und probieren das mal durch. Ne. Ne. So, dann machen wir mal die Kombi. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ähm. Mutagen. Ne. 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 Hm. So. Hm. Wir haben dafür ja auch keinen... Keinen Samen mehr irgendwie. gibt es jetzt noch was anderes irgendwie man könnte sonst so ein kristall hier irgendwie noch nehmen war eigentlich also hier steht ja okay den soll man im dna manipulator benutzen das heißt den wird man wahrscheinlich immer brauchen und das ist für einen baum ich überlege gerade für eine pflanze was könnte man da brauchen außer dünger wasser sand erde schwefel ob betanen irgendwas bringt ich meine vielleicht geht es auch nicht nur sauerstoff vielleicht das kann ja sein meine möglicherweise geht es halt nur als baum machen wir das nehmen wir den als baum den rest packen weg und irgendwie ruckelt das spiel gerade bei mir packen wir das hier her ne das packen wir drüben mit hin ne so pilze ok ja dann packen wir von mir aus das wasser noch hier mit her na gut aber generell soll es ja genau darum gehen dass wir jetzt gucken ja sauerstoff aufzuwerten und jetzt mal kurz gucken unser 600 prozent hier macht 1,95 ppt pro sekunde was macht denn dieses teil hier ah es ist okay es ist schon weniger muss man schon sagen wobei das natürlich jetzt auch an dem multiplikator liegen kann ne also müssen wir mal gucken weil der hat da 600 prozent in dem ding hier 600 prozent ist schon wahnsinnig viel und das wird mich jetzt na gut man muss sagen das sind jetzt auch höherstufige sachen ne die baumteile haben wir jetzt erst auf stufe 1 aber es wäre schon schön wenn es dann mehr bringen würde dann würde es sich halt auch lohnen die dinge aus dem bäumen raus also aus den pflanzen kübeln rauszuholen und das hier lieber in den baum mit rein zu packen und generell stellt sich mir halt auch noch die frage sollten wir jetzt auch noch mehr von den biodomen bauen gerade sehr duster hier weil er bringt immerhin 1450 sauerstoff pro sekunde und diese baumdinger was macht der da eigentlich noch eine lampe das bringt erstmal nur 920 85 biomasse gut der macht mehr biomasse 30 energie und du kostest 75 energie na gut gemessen an der energie ist das hier mehr als das doppelte da sind wir schon bei 2000 oder so ja okay der braucht noch einen moment und dann gucken wir mal wie viel prozent der gibt dann können wir aber zumindest schon mal mehr von den dingern hier bauen ähm ja bioplastik da war doch was mit den pilzen oder nicht was brauchen wir dafür zwei pilze silikonwasser was auch immer noch mal von draußen dann haben wir gleich mal ein bisschen vorrat hier drin und nennen wir das 1 2 3 4 dann können wir gerne mal die pilze die wir hier haben 1 2 3 tatsächlich passt das so 4 in bioplastik umwandeln so das überschüssige wasser kann hier nochmal mit rein ähm dann brauchen wir 4 dünger für bakterien ähm was braucht der denn dünger eggplants okay jede menge algen okay das heißt wir werden tatsächlich mal algen sammeln gehen ähm und dann müsste das andere ding in der zeit auch schon fertig sein also dieser dieser gen manipulator ähm auch hier vorne nicht was da na oder sich nicht einsammeln lassen das geht ja so nicht hink hink es schon wieder es ist anscheinend irgendwie ein paar sachen nachladen so ähm ein bisschen platz haben wir noch können wir nochmal was einsammeln hier und dann wir reichen die was sind das vier algen generatoren stufe 2 und dann ist das inventar voll so da bleibt sogar noch was übrig okay ähm schwefel und die euren pflanzen dann pack mal hier mal kurz was weg von so und dann muss man das immer mal so machen so machen wir das doppelte ähm so dann standen ja hier drüben nochmal zwei so dann müsste das also mal unabhängig von den algen passen ah perfekt da haben wir sogar noch algen übrig ähm packen wir die erstmal hier mit rüber so wir haben vier dünger vier bioplastik wir brauchen noch vier bakterienproben algen und wasser das ist gut ähm dann können wir die algen gleich mal wieder nehmen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so ähm was hatten wir alles hier drin oder 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 und unser wasser ist das dritte dann passt das auch so das haben wir jeweils vier mal ähm dann brauchen wir das bioplastik vier legierungen 1 2 3 4 und vier von den rinden und vier legierungen von denen wir ja gott sei dank genug haben okay haben wir dann brauchen wir nur noch äh die baumsamen 200% naja naja mal gucken mal gucken bin ich bin ich jetzt bin ich jetzt gespannt ähm augenscheinlich kann man hier direkt nochmal einen hinstellen so was produziert er jetzt gar nichts an sauerstoff 1,84 ppt tja das ist tatsächlich immer noch weniger ich fasse es ja wohl nicht na gut das liegt wahrscheinlich an der stufe hm das heißt aber im moment lohnt sich das nicht die hier alle umzuwandeln dann sollten wir dann doch tatsächlich lieber diese eingesammelten blümchen nehmen die hier solange ähm ja wir nur noch diese t1 stufen dinger haben ähm das brauchen wir und wir brauchen ein mutagen ne die haben wir nicht auf vorrat was war so ein mutagen bakterien methan und ähm ok bakterie methan und was war das schwefel ja so mutagen rinde das ding ok dann können wir zumindest schon mal die ähm die dinger hier aufstellen die so ringsrum mh 1 dann soll es von mir aus überlappen wir werden mal gucken ob das stört kann ich mir fast nicht vorstellen ok er zieht energie aber er produziert auch schon biomasse obwohl hier noch gar nichts drin ist ach so dann können wir noch mal hier in den pflanzenkübel äh was rein machen ne ähm ähm haben wir noch mal so ein 450er das sieht grad nicht so aus ne 400 na gut dann nehmen wir einen 400er bevor der hier leer steht da soll er mal was machen so sehen wir schon was wachsen hier irgendwo noch nicht wie weit ist du 18% na gut naja zumindest entsteht schon mal biomasse gut low ja das gehen wir noch hin da kam jetzt nichts neues mehr ne bei der biomasse da haben wir jetzt alles was geht ja okay ähm man könnte da jetzt den zweiten noch von bauern erwarten wir können ja zumindest erst mal schon mal diverse mutagene irgendwo hernehmen woher kommt eigentlich diese vollnuss oh was die ruiden oh ähm die uns erschlagenden die nehmen wir ähm da lassen die hier gar nichts das ist ja ein beschuss das ist ja 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 Ah, hier unten ist man sicher. Nur sind sie trotzdem nicht leichter zu finden hier unten. Oh, da verschwinden schon die ersten wieder. Da. Das ist jetzt nicht so, dass wir da großartig Bedarf an diesen Dinger hier hätten, ne? Aber... Warum nicht? Ist trotzdem irgendwie, äh... Länderte Sache irgendwie, diesen Rand darauf zu starten. Anu? Das ist doch schon wieder. Wie soll man denn hier auf dem Planeten wohnen, wenn der hier ständig bombardiert wird? Ah, da sind jetzt mal andere. Ich glaub der Rest ist schon despawned. Oh, hier sind die Bäumchen, ne? Okay. Okay. Die Tarn, okay. Ja, das sind die Normalen. Die sind ja langweilig. So, dann packen wir das Methan gleich mal wieder weg. So kommt man dann auch gut zum Methan. Hm, ob man hier was mit Superligierung hätte machen können? Oder mit Bakterien vielleicht? Äh, achso, ne, sind die gar nicht. Hier ist noch gar nichts zu sehen. Ähm, 47%, ne, wird wahrscheinlich gleich kommen. So, dann hinein da mit dir. Hallo? Ich würde sagen, doch, da stehen die ersten Sachen. Okay. Ja, Moment, die Palmen. Das ist auch das gleiche wie da auch. Ah, das ist von dem hier. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob das hier mitwächst. Sieht so komisch aus. Aber das ist der. Okay. Es wächst. So, dann packen wir mal die Legierung hier wieder weg. Ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt drei volle Schränke Legierung. Ähm, deswegen hatte ich die hier schon reingepackt, weil es einfach so viele waren jetzt. Also ich werde die nicht wegmachen, aber ich werde jetzt nicht noch einen vierten Schrank dafür hinstellen. Ähm, hatte ich das hier jetzt aktiv? Ne. So, dann werden wir das nämlich mal machen. Ähm, zack. Ja, also wenn die Bäume weniger Sauerstoff produzieren wie diese Pflanzenkübel. Wobei das sind halt die 600er hier. Hm. Wie viel machst du? 200 Prozent. Okay. 1,84. Das hier ist so ein 125er. Ja. Du machst 1,15. Und du hier machst 1,3. Tja, da sind die Pflanzenkübel hier immer noch besser. Einen Sauerstoffwert. Das heißt. Das ist doch irgendwie, das passt doch nicht. Da steht was von 325. Und da von 920. Ah gut, das sind halt die hohen Prozente der Pflanzen, die das hier machen, ne? Oh. Kriege ich eigentlich, ähm, in dem Gerät mein 600er Pflänzchen wieder? Müsste ich ja eigentlich, oder? Was passiert denn, wenn ich mit so einer 400er Pflanze, von der wir ja auch ein paar haben, so ein Bäumchen mache. Wie viel kommt denn da raus? Ähm. Ja, 125 Prozent. Die 150er gehen halt mit den lilanen. Die haben wir nicht mehr. Die haben wir schon weggecraftet alle, ne? Ich dachte wir hätten mehr davon gehabt. Ja, zumindest haben wir von den Pflanzen einige. Hm. Meining Speed T4, den hatte ich glaube ich noch nicht gecraftet, ne? Ähm. Richtig. Weil mir damals das Osmium dafür zu teuer war. Okay, dann holen wir mal noch ein Silizium. Ähm. Osmium. Legierung. Und den hier. Dann haben wir den hier. Dann ist es beim nächsten mal vielleicht auch ein bisschen einfacher, die Sachen, die von Himmel fallen, aufzusammeln. Okay. Ansonsten wäre halt die Frage, ob wir noch irgendwo Blumen finden, die wachsen, die wir ernten können. Um die zu verarbeiten. Ah. Könnte diese Vollnuss irgendwo hier rumstehen? Dass man die einsammeln müsste? Da wäre ja fast die Frage, wie sieht denn die aus? Die könnte sonst da hinten vielleicht irgendwo in dem Gebiet sein. Hier erinnert sich gerade das Licht. Hm. Weil hier sieht es ja erstmal nicht so aus. Und wir hatten die anderen ja auch gefunden. Wir wollen irgendwie kurz einen Abstecher hier hin machen. Oh. Da oben ist der Silizium. Den nehmen wir mit. Da. Es darf gerne nachwachsen. Wir sind da. Achso. Aha. Schön her damit. Ähm. Nehmen wir mit. Was ist weg? Jetzt müssen wir uns mal um Sauerstoff kümmern. Ähm. Tja, könnte man davon ausgehen, dass ähm ... Oh. Wenn die Blume so toll ist, dass man die erkennen würde, ne? Würde ich jetzt vermuten. Was ist das hier? Aha. Okay. Hm. Die kann man nicht einsammeln, ne? Ne. Ja, es kann schon mal hier ruckeln. Wahrscheinlich, weil hier ganz schön viel rumsteht, he? Ist die Frage, ob man mal woanders wie so einen Außenposten baut. Möglichkeiten gäbe es ja genug dafür. So. Dann packen wir mal ... Aha. Das nicht weg, weil das voll ist. Okay. Pass auf. Dann packen wir das erstmal mit hier rüber. So. Wie sieht's mit dem Uran aus? Da haben wir noch ein bisschen Luft. Jetzt nicht mehr. Legierungen waren ja schon voll. Ähm. Aluminium war auch voll, ne? Moment. Ähm. Das brauchen wir hier nicht. Das kommt da hin. Ähm. Mhm. Für Eisen könnten wir genau ein bisschen auffüllen. Ähm. Cobalt ist voll. Ja, vor allem das brauchen wir auch irgendwie alles nicht mehr, ne? Also. Jetzt seit wir die höheren Tech-Stufen haben, ist das ja immer nur noch, äh, Legierungen, die wir brauchen. Naja. Schon fast die Frage, ob man jetzt so einen Schrank wieder wegrubbt. Und. Nachdem wir das so elendig gesammelt haben. Ich glaub nicht. So. Aber die beiden können sonst mal weg. Ähm. Ah. Strom haben wir noch. Dennoch. Also. Genug ist auch ne Sache, aber einigermaßen. Ja. Und mehr Sauerstoff gibt uns ja genau den hier. Wir brauchen Sauerstoff auf jeden Fall. Den kriegen wir aktuell vor allem dadurch. Wasserlegierung, Dünger. Okay. Und zwar immer zwei Dünger, ne? Ja. Ähm. Okay. Dann sammeln wir doch mal diese euren Dinger hier weg. Und dann machen wir danach die Anzahl, ähm, der Dünger. Die werden den Pflanzenkübel umsetzen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ähm. Das heißt, wir brauchen 18 Algen. Und sechs Schwefel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Dann haben wir den Schwefel erstmal so weit weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Ähm. Okay. Dann heißt es, fehlen tatsächlich Algen. So. Acht Algen fehlen. Gucken wir mal, dass wir die rankriegen. Acht hingen ja hier nicht mehr so. Oh, guck. Ist ja alles schon nachgewachsen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Und. So. Okay. Das heißt, wir haben sechs Dünger. Wir können also sechs Lois und sechs Wasser nehmen und dann haben wir's. Oh ja, das ist gut. Dann können wir die hier mal gleich verbrauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und sechs Wasser haben wir garantiert hier drin. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Ähm. Dann nochmal gleich sechs Pflanzen mitgenommen. Ne, stimmt gar nicht. Drei Pflanzen. Ähm. Eins, zwei, drei. Ähm. Ja, stellen wir's doch irgendwie hier mit hinten hin, ne? Ja. So. Flenskin. Ähm. Hatten wir endlich einen Baumsamen in Produktion? Ist der fertig? Boah. Ja, es ruckelt schon ganz schön. Ähm. Ne, hatten wir nicht. Mensch, müssen wir mal machen. Ähm. Womit eigentlich? Womit eigentlich? 125. Auch 125. Guck mal, dann können wir doch. Dann können wir doch eigentlich die billigen nehmen, ne? Lömer und die hier. Dann kommen die mal weg vielleicht. Die braucht man jetzt für nix anderes irgendwie. Ah. Moment mal. Können wir vielleicht drei Pflanzen kreuzen? Um die Vollnuss zu bekommen? Ähm. Ich würd sagen, das probieren wir doch mal. Moment. Eins, zwei, drei, vier. So, da wäre die Frage. Ähm. Ja, mit welchen Kombinationen, ne? So. Eins, zwei, drei. Oh, hätte man vielleicht, ähm, drei Sechshunderter dafür brauchen können? Oder von diesen 450ern? Hm. Was passiert denn, wenn wir drei davon reinpacken? Nix. Dann nehmen wir mal drei davon. Auch nix. Ähm. Drei hiervon. Nix. Also wahrscheinlich passiert hier nix, wenn man die reinpackt. Ähm. 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 Wahrscheinlich, wenn er ein Butagen haben will. Ach, wir brauchen einen Spefel, ne? Gut. Ist ja nicht so, dass wir keinen Seer haben. Ähm. Machen wir gleich mal vier. Vier Methan haben wir auch. Und wir brauchen jetzt noch. Vier Bakterien. Vier Bakterien. Eins, zwei, drei. Ähm. Drei Algen, drei Wasser. Haben wir natürlich nicht hier. Na gut, dann machen wir es erstmal mit drei. Ähm. Was wäre denn, wenn man das so macht? Ne. Ist in Kombination mit anderen Sachen. Schwierig. Tja. Ähm. Okay. Pass auf. Dann nehmen wir doch mal die billigen erstmal hier. Ne. So nicht mit dem Butagen, ne? So. Okay. Dann macht das mal. So, dann packen wir euch mal hier rüber jetzt. Dann würde ich sagen, baue ich mal die Schwefeldinger hinten um. Das sind die einzigen Bohrer, die ich noch nicht umgebaut habe. Ähm. Ich würde sagen, ich nehme einfach alles mit. Ich könnte die Orangstange, äh Quatsch, die Iridiumstange oben herstellen. Ich könnte das Osmium von da oben holen. Und die Legierung könnte ich eigentlich auch von um die Ecke holen. Also eigentlich muss ich nichts mitnehmen. Ich würde sagen, dann mache ich das auch nicht. Für irgendwas muss sich das ja alles gelohnt haben. So, Moment. Ähm. Dann machen wir erstmal die vier Iridiumstangen. Mal gucken, ob wir... Obwohl eigentlich brauchen wir gar nicht vier, ne? Weil... Wenn wir die zwei abbauen... Wir bauen die erstmal ab, die Schwefeldinger. Und das ist übrigens das neue Setup. Schön, sauber, ordentlich. Ähm. Bist immer noch da. Auch gut. So. Ähm. Ähm. Das packen wir mal irgendwie hier erstmal rein. So. So. Das brauchen wir schon mal. Das Alu auch. Ähm. Den Schwefel können wir mal eben hier lassen. Weil... Was brauchen wir denn? Zwei Eisen, zwei Titanen, zwei Osmium, zwei Fügel. Dann können wir nämlich nochmal Legierungen daraus herstellen. Da unten. So. Okay, es fehlen auf jeden Fall noch zwei Legierungen und zwei Brennstäbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Da sind unsere zwei Brennstreber. Hm. Dann holen wir nochmal... Ah. Ah. Na. Ja. Zwei. Zwei. Osmium. Und auch nochmal zwei Legierungen. Dann haben wir hier auch die besseren Bohrer stehen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Okay. So, dann können wir direkt wieder ein bisschen Schwefel mitnehmen. Und je nachdem wie viel Schwefel wir dann im Inventar haben, können wir dann auch nochmal Algen mitnehmen. Ich weiß grad gar nicht, ob ich da noch was drin hab, aber wir wollen es aber trotzdem von hier drin. Und jetzt sind wir fertig. Ne, warte mal, wir können doch denn... Oh, da, Zeolite. Ähm. Ne, wir müssen da lang. Wir kommen hier schon durcheinander. Na, die Frage ist, wie viel Zeolite gibt es dann insgesamt noch? Irgendwie lädt das hier alles grad nicht so richtig nach, ne? Kann man eigentlich hier oben rauf fliegen? Aha. Man kann hier nicht rüber fliegen, ne? Ne. Aha. Ich würde ja vermuten, dass es hier oben auch nochmal eine goldene Kiste oder so gibt. Ähm. Aber nein. Also nicht, dass ich es sehen würde. Und hier kommt man ja schlecht hoch. So. Dann werden wir das da mal wieder anreihen. Ah. Klappt das nicht? So. Das klappt. Okay. Perfekt. So. Dann werden wir das mal hier alles mitnehmen. So viel Schwierigkeit war das jetzt nicht. Ja. Kann man überlegen, ob man da jetzt auch nochmal, äh, nochmal zwei Bohrer hinstellt. Gucken wir mal. Erstmal. Gucken wir mal. Hauen wir. Ah. Ein bisschen Eisen war übrig, ne? Machen wir das mal so. Sitzchen war auch ein bisschen weniger gewesen. So. Okay. Dann haben wir zumindest erstmal ein bisschen Schwefel geholt. Können wir gleich mal gucken, da müsste ja der Baumsamen fertig sein. Können wir gleich den nächsten ansetzen. Ähm. Schwefel. Und. Eisen. Ah. Fast richtig geschätzt. Silizium. Okay. Oh, da ist mir ja noch einer durchgerutscht. Oh, 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 oh. Ähm. Der Schwefel kommt mit nach hinten. So. Ähm. Da brauchen wir Rinde, Mutagenen und Samen. Haben wir. Rinde, Mutagenen, nehmen wir mal den. So, dann können wir direkt nochmal einen neuen Baumsamen mit irgendwo hier reindrücken. So. Du hast schon was? Du hast was. So. Dann kriegst du auch was. Und mit dem, den wir jetzt herstellen können wir den da befüllen. So, die sind hier schon gut gewachsen. Könnten wir sonst auch mehr davon gebrauchen. Ah, das dürfte echt schneller gehen. Ist die Frage, ob das nochmal was bringt, wenn man da jetzt nochmal eine Rakete hochschießt. Ähm. Was haben wir denn da? 260.000 knapp. Wir können ja mal eine Rakete hochschießen. Soll ja nicht das Problem sein. Ist ja nicht so, dass es an Ressourcen mangelt. Oxygen Multiplayer. Den suchen wir. Okay. Ähm. Legierungen. Bakterien bla bla. Engine. Ähm. Gucken wir mal, ob ich das jetzt mir bemerken kann. Die Engine haben wir hier. Ähm. Legierungen. Nehmen wir von hier vorne raus. Zack. Dann haben wir da auch gar nicht mehr so viel Überschuss. So. Dann brauchen wir Utagenen. Bakterien und Rinde. Mhm. So viel dazu. Auf einmal wird das nämlich knapp. So. Rinde haben wir. Ähm. Dann können wir eine hier wegpacken. Und Bakterien brauchen wir noch. Und dafür brauchten wir Wasser und Algen. Mhm. Sprich. Wir gehen erstmal Wasser und Algen sammeln. Ähm. Das passt hier nicht rein. Ha. Hier passt es rein. Okay. Sammeln wir mal. Das ganze Zeug hier. So. Jetzt ein Stück weit die Frage wieviel machen wir es mental damit voll. Ja. Dann müssen wir hier nicht. Ähm. Nochmal die Algen holen. So. Gluck 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 gluck. Gluck gluck gluck. Ähm. Ah das Mikrogeruckel. Schon ein bisschen unschön leider. Ah das Spiel liegt halt auch hier. Auf SSD. Sollte jetzt eigentlich nicht daran liegen. Dass es irgendwas nachlädt. Naja. Wobei man halt vielerweise dazu sagen muss ne. Optimierungen kommen immer am Ende des Entwicklungsprozesses. Und da sind wir hier noch. Also möglicherweise noch lange nicht. So. Dann holen wir mal Wasser. Ähm. Bis doch die Tür richtig treffen. So. Das wäre jetzt glaube ich das erste mal der Moment wo wir zu wenig Wasser haben. Gucken wir mal. Ähm. Jetzt kommt mal da rüber. So. Vielleicht mal ein paar mehr Bakterien herstellen. So. 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 Es fehlt Wasser. Ähm. Na gut dann packen wir das erstmal so weg. So. So. Das müsste jetzt eigentlich passen für die Rakete. So. Noch mal gucken. 260.000. Ähm. So. Oxygen. Den suchen wir. So. So. Oxygen. Den suchen wir. So. Oxygen. Den suchen wir. Oxygen. So. So. Das sieht gut aus. Okay. Da fehlt jetzt der Raketen Sound. Und. Das Wetter ändert sich mal wieder. hier. Das ist überall dieses Zeug in der Luft. Ja. Die Pollen. Oder was auch immer das sein soll. So. Dann gucken wir doch mal was er jetzt hier sagt. Oh ja. Das hat Funk zunuckelt. Da wäre ja fast die Frage. Schießt man da jetzt noch mehr Raketen für hoch? Gibt das jedes Mal 1000 Prozent? Hmm. Wir können das ja mal probieren. Also. Ähm. Davon haben wir genug. Zwei Uran. Zwei Uran. Legierung. Und. Stänkchen. Ah. Die Legierung haben wir vorne. Uran haben wir auch. Na. So. Dann ist das Ding hier weg. Jetzt ist noch die Frage. Was braucht er es noch? Zwei Legierungen. Ähm. Rinde. Butagen. Und Bakterien. Butagen war das. Schwefel. Und Bakterien. Ähm. Dann können wir gleich mal gucken, ob das nochmal geht. Wir haben jetzt 518.000. Und. Wieder kein Triebwerk Sound. Ja. Da kommen die Pollen. Wie auch immer. Ja. Hat funktioniert. Hm. Das heißt, man müsste eigentlich mal elendig viele Raketen hoch schießen. Oder. Oder wie. Können wir ja nochmal gerne machen. So. Was braucht man für ein Triebwerk? Stange, zwei Uran. Legierung. Stange. Das brauchen wir so. Zwei Uran. Achso. Die Problematik ist jetzt, wir brauchen Baumrinde. Und. Die haben wir. Ähm. Schwefel. Methan. Und zwei Bakterien. Und dann sind die auch nämlich schon wieder weg. Ähm. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, damit wir mehr Rinde kriegen. Ähm. Bauen wir auf jeden Fall nochmal mehr Dome. Und ich will mal sehen. Vielleicht ein bisschen umbauen, dass das ein bisschen schöner ist nochmal. Ich werde das hier aber irgendwie stehen lassen, glaube ich. Weil. Warte mal, man stellt die Biodome nach oben. So zweite Etage mäßig. Das könnte man vielleicht machen. Ähm. Weil. Ich habe keinen Bock die ganze Schränke umzuräumen. Ähm. Das haben wir alles. Oh. Äh. 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 Kein Triebwerkgeräusch. Jetzt kommt das Wetter sehr schön. So mal gucken. Ups. Ähm. Ob das schon gezählt hat? Ja, hat es. Okay, wir haben da jetzt eine Million 306... Ne. Eine Million 37.000 stehen. So. Ähm. Da haben wir jetzt das verdoppelt, was wir da stehen hatten. Auf jeden Fall. Und das langt, also die zweite Kommastelle da, ne. Die, die stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Das könnte mehr sein. Und hier, ne. Also da muss mehr gehen. Hitze stagniert auch relativ. Druck auch. Na. Biomasse läuft jetzt. Da haben wir jetzt ja sowieso nichts mehr, was kommt. Ne. Okay. Wäre jetzt schön irgendwie zu sehen, wovon der, der GTI tatsächlich abhängt. Weil wir können natürlich noch mehr für Luft machen. Dann ist die Frage, ob wir von, von Hitze und Druck auch noch was machen sollen. Hm. Schwierig zu sagen. Was sagt das denn hier? Nix. Keine neue Nachricht. Wo ist das Schwefelfeld? Das ist grün. Okay. Sieht man halt leider nicht. Ähm. Ah. Schwierig. Hatte ich eigentlich, ähm. So einen Samen in Arbeit? Ja. Hatte ich. Und dann werden wir den jetzt nochmal einpflanzen. So. Wir waren bei einer Millionen 36.000 irgendwie. So. Und was haben wir jetzt? Eine Million 83.000. Ah. 4 ppm. Wir brauchen 7,5. Äh. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Sauerstoff. Ne. So ist nicht. Und ich würde sagen. Dünger, Bakterien. Da braucht man Wasser für. Und für Wasser könnten wir jetzt wirklich nochmal so ein Ding brauchen. Okay. Dreimal Bio, Plastik. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Das können wir irgendwie beim nächsten Mal nochmal mit weiter ausbauen. Ich würde sagen. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss an der Stelle. Und. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit habt. Lasst es euch gut gehen und bis dann. zu nächsten Mal wieder mit weiter. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.